Servus Leute und willkommen zu meiner ersten Folge Apex Legends Ranked, Road to Platin in Season 7. Ja, ich habe mir eigentlich als Ziel für die Season Diga gestellt, aber wieder Wanktor Pennt. Und jetzt versuche ich in den letzten Tagen vom Split nochmal reinzugrinden. Das Ganze könnt ihr auch live auf meinem Twitch-Kanal verfolgen. Aber bis dahin habe ich für euch noch die besten Clips aus dem ersten Split. Viel Spaß! Du gehst von hier all-in oder was? Ja, ja. Fuck, ich will hier in die Tür, aber ich kann da nicht rein. Jetzt muss ich mal nach oben ziehen. Ist der jetzt schon in der Bail? Ich habe sie im, ich habe sie im schwarzen Loch drinnen. Ich habe einen fast. Junge des Drecks, das schwarze Loch ist ja so beschissen. Das macht ja nichts. Was ist das für eine Rolle? Die Wenger-Läuse bringen jetzt einen aphene. Ich habe die Wraith auch fast. Sie sind alle low. Komm jetzt rein, dann Raith ist auf das Storch. Was macht denn der Maid? Raith down. Beide down. Hast du sich erhalten? Ja. Sind die... Sie konnten die wieder anführen? Gegner, Gegner. Drei Stück. Eine Step zu dir hoch. Ja. Wer braucht einen Effekt? Ja! Was hat er denn da reingeworfen? Oktain kommt, Oktain. Hier, glaub ich. Gut Damage gemacht. Reloading. Markenaufsrandings. Reloading. Target spotted. Fertig. 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 Ich habe einen hier. Nein, nein, nein. Ich brauche ein Schild. Ich habe einen. Ich habe wirklich nur noch 1 HP. Hm. Die werden dann so leichter ausziehen. Hauptarbeiter. Reloading. Fertig. Ich habe einen Schild. Das ist ein blauer Schild. Oh, da ist ein blauer Schild. Ach scheiße. Da kommt jemand. Runter. Ja, könnte man schon ein bisschen mehr Aim haben. Locked. Blauer Schild hier. Ja, aber komm, er denn. Das ist ein blauer Schild. Ja, das ist lebensgefällig, da runter zu springen. Es gibt keinen Fallschaden. Wieso gibt es keinen Fallschaden? Das ist ja so unrealistisch. Da kommt jemand raus. Blatthund. Warte. Zwei Hits. Schleimschutz. Oh, oh, der Schleimhusel. Ja, und der geht gleich drauf. Der ist viel zu stark, dass er drauf geht. Schleimhusel. Wieso wird der Schleimhusel enthalten? Das ist okay. Ah, ja. Einer ist da. Ja. Schleimhusel. Schleimhaut. Schleimhaut. Ah, ich wollte mal Kürn wieder. Da drüben. Ich versuche mich hinzupushen. Das Ding dreht sich ja, wie autistisch ist das denn? Ich hab einen Knock von hinten. Ja, der andere hab ich dir. Noch einen Down. Einer sitzt da drinnen und ist ein... Der ist hier. Hab ihn. Wir haben gesagt, wir pushen. Ich hab gesagt, ich bin jetzt kurz unter dem, wir können jetzt rein. Ich will den Clip. Ich versuche, ihn zu pushen. Dann such dir den Clip raus. Nee. Ich hab gesagt, ich steh direkt da und es sind drei Gegner. Ja, genau, deswegen bin ich langsam gekommen, aber wir haben uns sehr aggressiv reingegangen. Ja, müssen wir. Ohne Witz, warum sollte man überhaupt noch laufen, wenn man so'n Bike hat? Weil das Ding arsch viel leer macht und jeder weiß dann, dass du da bist? Ja, mhm. Ähm. Dann steht jetzt plötzlich drin, dein ganzes Schild ist weg. Ähm. Knock. Ist jetzt sehr unangenehme Situation. Eine eliminiert. Fast eine Down, also die Lober, 40 HP. Halte durch. Äh, Leon. Ja. Eine Knocked. Ja. Gibraltar fest tot. Gibraltar. Mann. Tod. Ich hab da einen Kill rausgeholt. Ich hab da einen Kill rausgeholt. Ähm. Der hat sich selbst revived. Ich glaub hier unten irgendwo. Ja. Vor mir. Äh, in dem Schild ungefähr. Ja. Zwei Kill, zwei Assists. Zwei Kill, zwei Assists. Zwei Kill, ein Assists. Ein Kill. Äh, das sind wieder Gegner hinter euch. Ich hab da noch nicht, die Push-Hands von links. Eine C-Tracket. Zwei Cracked. Zwei Cracked. Oh, ne huge Therm-Hand von dir! Eine Knocked. Die sind alle fast rot. Oder gut, gut angedamaged auf jeden Fall. Eine Knocked. Aber einen, ja boah. Alter Bass. Junge, hab ich die von hinten auseinandergenommen. Ich glaub es ist. Wir können uns ja gleich so schon ein müssen. Deine schlaue ist f***. Da drüben, ein ganzes Team. Einer knocked. Da unten ist einer low. Haubein. Da unten ist mir nicht unterstehend. Ich finish mir mal kurz hier mal, dass der nicht wegkriechen kann. Noch ein Squad. Wieso hat er hier keine Waffe draußen? Erfiehnte mir, war noch einer! Ich glaube, ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich hatte hier gerade noch andere Probleme, sorry! Ja, ich bin! Uff! Reloading! Ständig hostile and escort! Halbzeit für mich! Richtig! Marken und ständig! Na ja, seine Wingman halt! Komm in! Ja, gut! Ich habe halt Solo gepusst! Ein Squad noch ist da! Ja, ich wollte halt! Direkt uns den Ball wieder verlegen! Ja, ich habe halt... Ich komme hier nicht mehr ein! Aber das ist... Gold! Ja, geht's ja! Nice, danke! Ich bin mit!